Tony Bennett, der Meister der Popmusik, ist im Alter von 96 Jahren verstorben. Die traurige Nachricht wurde von mehreren Medien, darunter The Guardian und Variti, übereinstimmend berichtet und von seinem Pressesprecher bestätigt. Er verstarb am 21. Juli 2023 in New York. Auf seinem offiziellen Instagram-Account verabschiedete sich seine Familie mit rührenden Worten und einem Foto von ihm in jüngeren Jahren. Tony ist heute von uns gegangen, aber er hat neulich noch an seinem Klavier gesungen und sein letzter Song war Because of You, sein erster Nummer 1-Hit. Tony, deinetwegen haben wir deine Lieder für immer in unserem Herzen. Die Musikwelt trauert um einen ihrer Größten.